Guck doch nach hinten! Oh Gott! Wow, ein Creeper! Oh, ihr seid so behindert! Was habt ihr jetzt schon wieder hochgesprengt? Er rennt! Wenn ich keine Luft mehr kriege, dann müsst ihr mich wiederbleiben, ja? Ah, das ist witzig! Ah, jetzt kann ich das hier alles wieder aufbauen, ich hab keine Ahnung wie das vorher aussah. Sind man... Ja, Fabi! Und hier haue ich jetzt ein leichter aus dem Glas rein, dann haue ich da noch eine Doppeltür rein. Man, ihr seid doch alle zu behindert zum Kacken oder so. Dann brauche ich noch... noch eine Tür brauche ich. Hab ich denn hier noch ein bisschen fertiges Holz schon? Ähm, nee, ich glaube nicht. Hier sieht es jedenfalls nicht nach fertigen Holz aus. Wer hat jetzt eigentlich das ganze Stein? Hallo? Wer hat den ganzen Stein? Wer hat den ganzen Stein? Wer hat den ganzen Stein? Ja, wer an das will ich wieder haben? Deine Mutter will das wieder haben. Ne, die hat das schon wieder. So, und jetzt mach ich mal nochmal schnell zwei Fleisch. Hier kann man eh genug Fleisch haben. Ey, bist du behindert? Nimm doch nicht die Kohle da raus! Pack die da jetzt wieder rein! Wozu willst du denn die Kohle verwenden, Mensch? Weit ich nicht! Lass einfach jetzt die Kohle da drin! Verrückter Mongo, ey. Verrückter Mongo! Boah ey, bald schweiße ich Luca hier echt raus. Nein! Nein! Dann würde ich mich jetzt nicht mal gebührend verhalten. Für meinen Kanal hier. Mein doch! So. Noch das zweite Fleisch abwarten. Ist gleich durch. Drei. Zwei. Und durch! So, jetzt hab ich genug Sachen um mir einen TNT zu machen. Um dir was zu machen? Ja, 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 ja. Habe ich nicht beschrieben. Ich muss mal in die Luft springen. So. Und so. Jetzt sieht das zwar behindert aus, aber es liegt an euch. So. Ja, 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 ja. Es liegt an den Treepern. Jetzt hab ich natürlich kein Dirt mehr dabei. Na toll. Wer hat denn hier das schon wieder... Achso, das ist der Turm. Alter, kannst du mal die Kleinkinder da rausschmeißen? Ja! Mach ich gleich! Räck dich auf auf. So, so, so. Nein, du sagst nichts! Überhaupt nichts. Nice. Da muss auch noch neues Glas rein. Ne, Marlene, ich hab so die Vermutung. Notch, der mag uns alle nicht. Besonders uns. Der programmiert, der programmiert sowas für extra. Ja, ich merk das schon. Der hat extra Creeper für mich in dieses Spiel eingebaut. Damit die sich andauernd bei mir hochspringen. Vor allem, ne, der versteckt sich so in der Tür. Ich versteh's nicht. Als wenn die denken könnten. Können sie bestimmt. Besser als du, Luca. Die bleiben nicht in der siebten Klasse sitzen. Ne, die gehen gar nicht zur Schule. Wo soll das denn? Bei der Creeper-Schule. Was ist Fabian? Wo soll das denn? Komm mit, komm mit, komm mit. Okay. Werden da hinten jetzt wo drehen. Hier so ein Sklar? Ja, mach mal, mach einfach. Mach mal. Mach mal. Und dann einmal rechte Monster. Nein, du machst einfach gar nichts. Ich hab Obsidien. Ja, ja, ja. Ich hab sechs Stück. Ne, lass ich. Hab ich, glaub ich auch. Boah, Luca, ja, Mann. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Wer hat denn den Turm hier so hoch gebaut? Ach, ich. Ja, Mann. Und da vorne, wer hat das da so behindert hingebaut? Was machst du denn da, Luca? Ich brauche Items. Boah, Junge, ich kann dir ein paar Sachen geben. Ihr seid alle behindert irgendwie. Ja, was hast du denn? Was brauchst du denn? Stein. Gut. Da sind 64. Ah, danke. Ein schönes kleines Dächchen. Später waren und irgendwann noch mal so ein Turm da drauf. Ey, Lea, wo bist du denn? Wo bist du denn? Sag ich hier nicht. Ach, da oben ist das. Hock da wieder, ey. Wir sind da mal Kämpfer. Kämpfer. Woi, hör dich auf zu porten, Mann. So meine schon, wenn ich da nicht. Nein, hör dich auf zu porten, Mann. Ehrlich. Das gehört nicht in das Netzplay hier. Ihr geht nur ein bisschen hin. So, so. So, jetzt hab ich nen Hund als Hund. Oh, ne, jetzt kommt der mit nem Köter an, ey. Ach, Tacke. Oh, jetzt kommt der mit nem Köter an, ey. Oh, jetzt kommt der mit nem Köter an, ey. So, oh, weißt du das? Ey. Ihr seid doch alle behindert. Ihr seid doch alle behindert. Ihr, ihr regt mich echt auf. Ihr seid schon das Dach, oder was willst du machen? Nein, das ist deine Mutter. Achso. Das ist ja mein Hund drin. So. Und jetzt so. So, 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 so oder so, ne? Nein. Schlange war 40. Ist schon lange, ne? Oh. So 43. So, dann werden wir hier... Ja, was ist das mit? Äh... Ne, jetzt können wir auch danach reden. Ja, genau. Wir werden jetzt mal hier über das Spiel Minecraft drehen. Minecraft ist ein Sandbox-Game. So. Aber man sollte von diesem Let's Play echt alle Folgen sehen. Und wenn ihr nochmal nicht genau wisst, ich werde vielleicht mal die Playlist... Genau, ich werde mal die Minecraft-Playlist, die ist zwar ein bisschen durcheinander, leider. Tut mir auch leid. Werde ich mal unten auch nochmal verlinken. Dann sind da irgendwie 6 oder 7 Links, keine Ahnung. Also mein Texturenpack ist da drin, die beiden Kanäle, die hier noch dran sind, dann... Die Playlist werde ich da jetzt reinpacken. Dann habe ich da... ähm... Mein Kanal drin. Dann habe ich... Werde ich da noch reinpacken. Formel 1 Talkers, meinen neuen Kanal mit Walitz GEP zusammen. Jawohl. Ah, Luke, oh Mann. Und dafür kriegt er jetzt erstmal ein Stück Fleisch. Du bist... Oh Mann. Alter, das ist ein Wundmodus. Jetzt gebe ich meine Sachen wieder. Ja, ja. Oh Mann, der hat mich da hindert. Der hat meinen Hund gekühlt. Oh, du Arsch! Ach, Mensch, ey. Also irgendwann mache ich das Erd Play, glaube ich, mit nur noch einem weiter. Ah. Mit dem Schlauchern und Dickeren. Ne. Der Schlauchern von beiden ist eher ein bisschen dünner. Fabi, das ist jetzt. Ja, dann gib mal eine E-Times hier. Obwohl Fabis fast schafft, jetzt sitzen zu bleiben. Jetzt ehrlich, schafft er das? Ne. Na doch, ich mach mal eine E-Times. Und in... Ja, warte. Chemie oder so, ne. Nein. Warte, warte, ich hab doch richtig... Gib mir nochmal das TNT. Ja, ja, ja. So. Gib mir, gib doch mal bitte. Scheiße, ich werde fast in die Lava reingesprungen. Und jetzt da rein? Dann fahre ich so irgendwo hin, aber sinnvollen Ort, so. Mitten im Haus. Ey, warum habt ihr TNT hier gemacht? Ja, das musste Luca fragen. Ja, Luca, du machst mal noch mein Schwert. Luca, hast du jetzt TNT bei dir? Nein, hat er nicht. Ja, das ist TNT. Das hat dann... So. So, Luca, du wirst sterben. Oh, geil, so kriegst du voll wie direkt. Ja, meinst du. So, ich werde das, glaube ich, ab der nächsten Aufnahme auch ohne Luca tun. Das ist das Play mit... Könnte ja mal abstimmen, ob Luca noch weiter... denn dabei haben wollt oder nicht. Wenn... Wenn nein, schreibt nein unter dieses Video. Danke. So, jetzt gehen wir mal ins Bettchen. Hm. So, du bist so ein fieser Kerl. So, hat Florian auch S oder M? XS. XS. Oder Kinderkosten. Hm. Äh, Leon, das wird aber wieder nicht klappen, ne? Geh jetzt einfach in den Bett. Und Fabi, du auch. Was ist los? Ab ins Bett. Ich nehme das Schwert schon mal in die Hand. Los, Bett. Das passiert nichts. Ja, was ist jetzt los? Hallo, ihr müsst... Da geht dein scheiß Bett. Bin ich so schnell. Boah, ich... Ihr bleibt jetzt alle da, wo ihr seid. Und ich kontrolliere jetzt, wer nicht in seinem Bett ist. Oh, du Dürer, der ist so ein bisschen zu weit. Das guckt mich voll scheiße an. Das Huhn ist nicht im Bett. Ja, und los. So, und jetzt... Sind wir alle im Bett? Ja. Ja, wunderbar. Wunderbar. Oh, nein, da ist die. Falsch, das ist aktiv. So. Oh, was ist das denn? Ich brauch auch 14. Und weiter geht's mit dem Tempel. Mit dem Dach. Mach jetzt weiter. Aber ich hab nur noch 64 Steine. Das könnte ein bisschen knapp werden. Drei Knochen. Damit packst du nichts. Wat? Konntest du auch von unten bauen? So. Was ist denn, was willst du machen? Was ist denn so schnell? Ja, und ich baue nochmal Steine ab, ne? Ja, mach das. Oh, jetzt ist der Creeper. Was haben wir denn mal für ein interessantes Thema? Über das hätten wir reden können jetzt nicht mal in Minecraft. Ja, mir fällt da gar nichts ein. Ich sehe sehr viele Creeper. Was sind wir denn? Vielleicht über kleine Kinder-Let's-Player. Also da würde mir mehr viel über einfallen. Komm weiter. Scheiße. Einfach nur unnötig. Und ich hab keinen Stein mehr. Wunderbar. Na du braune Schaf. Na du. Na du. Gibt's eine Wolle? Fein. Das ist eine Wolle. Komm weiter. So. Wir brauchen auch die Wolle von dem braunen Kackschaf. Ich weiß noch nicht, was wir dann machen wollen, aber gut. Ich sag doch mal. Und dann denk ich mal nach dir. Wenn ehrlich, ich bin denn Kurt, ich bin denn dein Diamanten-Suchsystem, ne? Wenn nicht ein Diamant für dich findet, dann, ne? Na toll, es regnet mal wieder. Ähm, wir werden... Ach, hier ist gar kein Dach drin. Ähm, ich werde, wir werden dann als nächstes wohl ein Dings bauen. Ein neues Haus. Und das hier abreißen. Oder weg. Verlassen einfach. Vielleicht auch anzünden. Anzünden. Du Wolle, komm mal rum. Und ja, dann werden wir in einem neuen Haus leben. Aber steiglich verarschen. Das kommt auf jeden Fall dann in der nächsten Tat so.